Herzlich Willkommen zum heutigen TowerCast. Mein Name ist der Floh und ich sitze heute mit Kim zusammen. Ja, hi. Wie immer eine Ehre, mit dir hier zusammenzusitzen. Ja, wie meine Freude, dass du Zeit gefunden hast und dass du hier mit mir da bist. Wir haben heute mal kein Retro-Spiel, kein Einzeltitel, sondern wir haben uns gedacht, Mensch, wir sind ja auch ein Service-Podcast für euch da draußen. Und warum dann nicht mal ein ganzes Genre besprechen und dabei gleich ein paar Tipps für die Nintendo Switch rausgeben? Aber eigentlich wolltest du doch nur über dein Lieblings-Genre reden. Ja, das auch. Aber das ist ja vielleicht auch der Einstieg von vielen weiteren Genres, die wir besprechen. Ja, mal gucken. Oh, vielleicht ist das ja auch sogar nur der Teil 1. Oh, das wär's auch noch. Ja, also ihr habt's bestimmt schon, da ihr auf den Titel geklickt habt, gesehen. Wir sprechen über das Genre der Rogue-Lights. Jetzt würde einer sagen, ach, aber es sind doch Rogue-Likes. Nein, sind es nicht. Jetzt zeig noch mal, wie wichtig ist es, dass es Rogue-Lights sind und nicht Likes. Genau. Ich werde jetzt hier nicht einen ewig langen Monolog halten, aber es gab mal sowas wie eine Konferenz, beziehungsweise ein Treffen diverser Fans, Entwickler und Sonstigen. Und das hat damals in Berlin stattgefunden, also gerade von allen möglichen Städten eine in Deutschland. Und dort wurden die sogenannten Berliner Beschlüsse festgemacht. Und dort wurde dann festgelegt, was ist ein Rogue-Light und was ist ein Rogue-Like. So, und jetzt müssen wir mal wissen, Geschichtsexkurs startet. Und worauf bezieht sich denn die Genre-Bezeichnung Rogue-Light oder Rogue-Light? Und das geht zurück auf den Titel Rogue, der schon wirklich alt ist. Ich hab jetzt nicht die genaue Jahreszahl im Kopf, aber ich denke, Rogue müsste in den 80ern irgendwann rausgekommen sein. Und war einer der ersten Dungeon-Crawler, bei denen man permanent sterben konnte. Und das Spiel war dann vorbei und man musste dann neu starten. Und das ist so ein bisschen der Vorläufer von dem, was wir vielleicht auch Legend of Zelda das erste und dergleichen. Also diese Dungeon-Crawler-Spiele. Und dann gibt es jedoch auch noch sogenannte Rogue-Lights. Und der Unterschied ist, ein Rogue-Like müsste streng genommen tatsächlich vom Spielprinzip her wie Rogue sein. Wie das alte, wie der alte Klassiker. Sprich, es muss in einem Dungeon spielen. Wenn man stirbt, war's das. Es gibt keinen Fortschritt, der mitgenommen werden kann. Es dürfen nur bestimmte Gegnergattungen vorkommen. Also es ist alles sehr restriktiv. Ein Rogue-Light ist sowas ähnliches. Und das ist aber mit dem Unterschied im Endeffekt, dass man Fortschritte zum Beispiel mitnehmen kann. Das kennt man eigentlich aus jedem klassischen Rogue-Light. Man stirbt, kriegt aber irgendeine Währung oder Erfahrungspunkte, mit dem man sich Boni oder neue Gegenstände freischalten kann, die auch beim nächsten Durchlauf helfen. Quasi eine Erleichterung, je öfter man das Spiel spielt. Ja. Und deswegen ist es ein Rogue-Light. Fast alle Spiele, oder alle Spiele, die wir heute besprechen, fallen in diese Kategorie. Und Rogue-Lights gibt's eigentlich fast gar nicht. Aber dieser Begriff wird sehr gerne von Marketing, PR und Co. verwendet. Und ich krieg da jedes Mal eine halbe Krise. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, als Mensch, der beruflich durchaus mit der einen oder anderen Behörde zu tun hat, es verwundert mich nicht, dass diese Konferenz in Deutschland abgehalten wurde. Weil das ist wieder das deutschste Behördentum, was man haben kann. Dieses, wir legen jetzt hier fest, was es sein darf und was nicht. Es wächst nicht natürlich, einfach wie zum Beispiel, wie man das so heute sagt, es gibt die Fighting-Games und die Beat'em-Ups und so was. Das hat sich ja natürlich entwickelt. Nein. Wir in Deutschland, wir brauchen eine Konferenz, wo das offiziell beschlossen wird. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob das überhaupt von irgendwelchen Deutschen ausging. Also, da muss ich sagen, das ist für mich, also, nach mal, das ist nicht so richtig überliefert. Jedenfalls nicht für mich. Also, ich hab da jetzt nicht mega viel gefunden. Aber es wurde anscheinend zu oft der Begriff Roguelite-Like verwendet. Und das ist in der Szene sehr negativ aufgestoßen. Und dementsprechend war dann immer ein Klärungsbedarf. Und warum gerade Berlin, weiß ich auch nicht. Weil ich glaube nicht, dass da nur Deutsche gesessen sind. Denn das Genre findet ja weltweit großen Anklang. Ja gut, vielleicht, Deutschland ist vielleicht, ist halt relativ zentral, ne? Ja, in Europa schon, wenn du jetzt sagst. Ja, ich weiß jetzt ja nicht, ob da welcher aus UK kam, vielleicht welcher aus Osteuropa. Dann ist man halt schon mit Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht dabei. Aber es ist alles nur eine Vermutung. Genau, es ist die Berliner Interpretation. Und die sagt, Roguelike refers to a genre not merely like Rogue. The genre is represented by its canon. The canon for Roguelike is Adam, Angband, Crawl, NetHack and Rogue. Das sind so diese Spiele, wo Roguelikes müssen genauso wie diese Spiele sein. Und was da mit reingeht, jetzt hab ich's ja offiziell, ein hoher Zufälligkeit, also die Levels müssen zufällig generiert werden. Es muss Permadeath vorhanden sein. Das heißt, wenn man tot ist, dann war's das. Es muss rundenbasiert sein. Die Spielewelt muss in Grids, also in solche Kacheln unterteilt werden. Bewegungen, Kämpfe und andere Aktionen müssen im selben Modus stattfinden. Das heißt, es gibt keinen Bewegungsmodus. Und wenn dann ein Gegner kommt, dann schaltet es in Kampfansicht um. Es muss komplex sein, um mehrere Ziele erreichen zu können, also mehrere Lösungswege. Es muss ein Ressourcenmanagement haben. Es muss ein Hack and Slash sein. Sprich, man muss an den Gegner rangehen, zuschlagen können. Es muss eine Exploration ermöglichen. So, und was jetzt nicht so wichtig ist, es muss ein Singleplayer-Spiel sein. Die Monster müssen ungefähr auf den ... müssen den gleichen Regeln folgen wie Spielern. Es muss taktisch herausfordernd sein. Es muss in ASCII, also diese ... Willst du mal kurz erklären, was ASCII ist? Das kannst du, glaub ich, besser als ich. Nee, da setz ich mich jetzt auch in den Nesseln. Aber es ist, ja, im Prinzip ... Das sind ja diese Zeichen, ne? Genau, das ist eine Zeichen ... Ich will nicht sagen, eine Zeichensprache, aber halt eine Ausdrucksweise in Form von Zeichen. Ähm, die früheren Spiele, die früheren Computerspiele oder Mac-Spiele und dergleichen, die konnten nur in ASCII, das heißt, da waren Gegner als Fragezeichen dargestellt und so. Da gab's keine extra Grafik für, sondern die waren wie Buchstaben, sahen die aus. Das ist ASCII. Und eines dieser ... Also, wenn man sich wirklich roguelike schimpfen möchte, dann muss es auch in ASCII dargestellt sein. Es muss Dungeons geben. Und es muss ... Das find ich am schönsten. Der letzte Punkt ist Numbers. Also, es müssen überall Nummern da stehen, die irgendwas repräsentieren, wie deine Hitpoints und so weiter. Und wenn wir uns diese Punkte so angucken ... Das war nämlich auf der International Roguelike Development Conference 2008. Also, das war tatsächlich nicht nur Deutsche. Hat man sich darauf quasi geeinigt und keines von unseren Spielen trifft darauf zu, oder? Nee. Also, das ist ja eben, glaub ich, das Ding von Roguelites. Es wird sich von ... Es werden gewisse Elemente von Roguelites halt genommen. Aber diese Liste, die du ja grad auch schon aufgezählt hast, das zeigt ja, wie eng im Prinzip dieser Rahmen ist für ein echtes Roguelike. Und deswegen wundert mich auch gar nicht, dass sich heute eigentlich gar kein Spiel mehr so schimpft. Weil wir haben jetzt hier viele, das können wir ja schon mal vielleicht spoilern, viele verschiedene, ja, ich sag mal, unterschiedliche Genres, die zwar alle in das Genre Roguelite zählen, aber von den Spielmechaniken unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das wär ja schon als Roguelike gar nicht möglich. Und ich muss jetzt auch noch mal sagen, kleiner Disclaimer für alle, die jetzt hoffen, dass wir über Spiele wie Binding of Isaac, Dead Cells, Slate Aspire und Co. reden oder über Hades. Nein, werden wir nicht tun, denn wir haben uns bewusst dagegen entschieden, über die großen Hits zu sprechen. Denn die kennt jeder. Also, ich glaub, man muss hier nicht sagen, warum Hades ein Meisterwerk des Genres ist. Man muss auch nicht sagen, warum ein Binding of Isaac, das als eines der ersten Indie-Roguelites damals den Weg gesetzt hat für viele heutige Spiele, einfach toll ist. Wir haben uns jetzt extra für ein paar Spiele entschieden, die teilweise größer sind, teilweise aber auch kleiner. Und die es, das war auch das Nächste, es alle auf der Switch gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, aber hier Spiel XY hab ich noch, das gibt's aber nur auf Steam oder sonst wo, wir wollen euch jetzt nur Spiele empfehlen, die ihr auch auf der Switch im eShop finden könnt. Ja, also es sind jetzt auch insgesamt, glaub ich, wenn man jetzt Roguelite-Experte ist, wie du es einer bist, würd ich behaupten, dann, das sind jetzt auch keine krassen Geheimtipps, wo man sagt, oh, das hab ich ja noch nie gehört. Aber vielleicht der ein oder andere Spieler, der mit dem Genre jetzt nicht so bewandert ist, der kann hier was mitnehmen. Weil ich kann nämlich zum Beispiel schon mal spoilern vorweg, und das soll kein Gemeckeres schon wieder im Vorfeld sein, aber ich bin eigentlich, seit ich denken kann, überhaupt kein Freund des Genres. Und ich bin es ein bisschen geworden, unter anderem durch Hades, das kann ich schon mal sagen. Aber das hat mir das Genre auch ein bisschen eröffnet, und dadurch hab ich halt Spiele kennengelernt und auch auf diese Liste gepackt, die mir halt gefallen haben. Dementsprechend könnte da auch eventuell was bei sein, für Leute, die dem Genre eigentlich eher vielleicht nichts abgewinnen können, aber vielleicht noch mal Lust haben, reinzugucken und das vielleicht doch ein Spiel finden, was ihnen gefällt. Weil so ging's mir damals halt auch. Ja. Gut, dann würd ich sagen, stürzen wir uns doch ins Geschehen, oder? Ja, gerne. Hau mal den ersten Titel raus. Was haben wir denn da? Da haben wir Children of Mortar. Das ist jetzt auch kein kleiner Titel, der ist vor allem in der Indie-Szene, glaub ich, relativ bekannt. Sticht aber so ein bisschen hervor, weswegen man ihn erwähnen sollte. Möchtest du einmal kurz grundlegend erklären, womit wir's hier zu tun haben? Ja, also wir haben's grundsätzlich um, ja, ich würd fast sagen, ein RPG zu tun. Zumindest läuft man mit einer, mit einem Kerl, oder so ein Hack'n'Slay. Es ist tatsächlich schwierig zu definieren. Allerdings geht's halt im Grunde um eine Familie. Ich glaub, die heißt Bergson, wenn ich mich nicht täusche. Familie Bergson, die halt aus mehreren spielbaren Charakteren besteht, die man halt nach und nach halt findet und freischaltet. Und die halt verschiedene Kampfstile bieten. Also, wie man's halt auch von anderen Roguelites kennt, man kann halt rumlaufen und kämpfen. Und je nachdem, welches Familienmitglied man spielt, ist es halt ein Nahkämpfer oder ein Magier oder ein Fernkämpfer. Und es gibt, ja, ein permanentes Fortschrittssystem, weil die Charaktere können halt nämlich sterben. Aber die Erfahrungspunkte und Ressourcen, die man halt währenddessen gewinnt, die machen halt die Familie als Insgesamtes stärker und scheitern neue Fähigkeiten frei. Und da, ja, rennt man dann im Prinzip durch, ich glaub, auch zufallsgenerierte Dungeons. Ich hoffe, ich erzähl dir jetzt keinen Quatsch. Nee, tust du nicht. Zufallsgeneriert. Genau, da läuft man dann halt durch zufallsgenerierte Dungeons und kämpft sich halt durch diese durch, durch die einzelnen Umgebungen. Und hat tatsächlich auch eine super interessante Story, fand ich. Ist jetzt ja nicht üblich, dass ein Roguelite irgendwie eine spannende Story hat. Aber ich fand die Story um diese Familie und die einzelnen Schicksale ganz interessant. Hast du's eigentlich gespielt? Ja, ich hab's sehr gern gespielt. Und zwar mit meiner Frau zusammen. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, der ... Ach, das hat sogar Multiplayer. Das wusste ich nicht mal. Das hat einen Multiplayer, ja. Man kann das mit mehreren spielen. Und wir haben das zu zweit gespielt. Und das macht im Multiplayer noch enorm viel mehr Spaß, wenn man die Klassen aufeinander abstimmt. Und da geht's eigentlich nicht. Im Endeffekt ist es so, einer spielt die Geschichte und der andere ist passiv dabei. Also einer ist der aktive Spieler, der auch Story-Events und dergleichen auslöst. Und sobald's dann in die Level geht, wo man kämpft, ist man zu zweit auf dem Schirm. Das ist wirklich sehr gut umgesetzt. Und was mir auch gefallen hat, das hast du schon gesagt, die Geschichte. Weil das ist ja wirklich eine Geschichte, eine Familiengeschichte. Zwar auch eine Rette die Welt, aber es ist alles in einem viel engeren und emotionaleren Rahmen. Und da passieren auch mal so kleine Geschichten, wie dass einer der Familienmitglieder auf einmal wegläuft und plötzlich dann wieder auftaucht mit magischen Kräften. Oder der eine Sohn taucht, der eigentlich ein Mönch ist, taucht auf, weil sein Ordenskloster von einer dunklen Plage, die man hier bekämpfen muss, überfallen wird. Und wie sie sich ineinander kümmern. Es ist alles sehr, ja, also wirklich rührend und emotional aufgebaut. Also hat mir sehr gut gefallen, hat ein langsames Pacing und trotz allem auch eine knackige Herausforderung. Also ich fand das Spiel teilweise wirklich schwierig, vor allem die Bosskämpfe. Wir sind auch nicht durchgekommen. Also wir haben das Spiel bis heute nicht durchgespielt. Aber wir graben es immer wieder alle paar Jubeljahre aus und spielen es ein bisschen weiter. Also dementsprechend Children of Mortar ist eines dieser Beispiele, wie man aus einem Hackenslay à la Diablo ein gutes Roguelite machen kann. Denn wie du schon gesagt hast, man schaltet auch permanente Boni frei, wie zum Beispiel, dass man mehr Schaden macht, dass man sich schneller bewegt, dass man mehr Erfahrungspunkte kriegt. Und so merkt man auch Stück für Stück, dass jeder Run bis zu einem gewissen Punkt einfacher wird. Und dann schafft man plötzlich den Boss oder den Level, den man die ganze Zeit nicht gepackt hat und dann im nächsten Moment nur wieder an der nächsten Hürde zu zerschellen und sich dann zu denken, okay, jetzt versuchen wir es weiter. Und man wird stetig besser. Jo. Hat auch einen schönen, dunklen Artstyle. Deswegen, ich fand jetzt Diablo als Vergleich. Du hast es wahrscheinlich eher aufs Gameplay bezogen. Aber ich finde, es hat schon was Diablo-esches, auch vom ganzen Stil so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie die alten vor allem. Genau, genau. Also, wie Diablo 1 und 2. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Wie gesagt, das gibt es auch, das muss man ja nicht extra erwähnen, gibt es alles auf der Switch, was wir heute hier erwähnen. Ja, ist eine Empfehlung wert auf jeden Fall. Ja, gibt auch noch zwei DLC. Also, auf jeden Fall einen weiß ich, der schaltet Haustiere frei, die einen noch unterstützen können. Also, wenn man Tiere mag, ist das total putzig, weil man die nach und nach quasi rettet und hochpäppelt und so weiter und hat da noch ein bisschen Spielboni und dergleichen. Aber das ist eher so ein Goodie. Das heißt, wenn man das Hauptspiel hat, dann hat man eigentlich genug Freude und Spaß daran. Also, zum einen Multiplayer-Empfehlung und auch, wer auf Hack'n'Slay steht und so ein bisschen auf actionreichere Spiele. Denn hier geht's viel ums Ausweichen, Fertigkeiten richtig einsetzen. Also, ist jetzt weniger was, wo man sich ewig Zeit lassen kann und viel durchdenken muss, sondern eher so ein bisschen actionreicher. Den nächsten Titel hab ich nicht gespielt. Das ist eines der wenigen Spiele, um die ich früher immer rumgetanzt, getanzelt bin und mir dachte, ah, spiel ich's, spiel ich's nicht. Aber du hast es vorgeschlagen. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich sagen können, was Hands of Fate ist. Ja, Hands of Fate. Es gibt insgesamt zwei Teile. Es spielt aber keine Rolle, über welchen wir hier reden, weil die sind beide toll. Der Zweite macht im Prinzip alles, was der Erste macht, nur besser. Dementsprechend, wenn man nur eins will, vielleicht den Zweiten erst angucken. Aber ja, worum geht's eigentlich? Es ist im Kern eigentlich ein Tabletop-Spiel. Also, man sitzt an einem Tisch, ähm, sitzt einem, ja, einem, ich soll, glaube ich, einen Händler darstellen, einem Händler gegenüber, der halt auch als Erzähler und als Gegenspieler halt fungiert und, ähm, halt ein Kartendeck vor sich hat. Und, ähm, du läufst halt mit einer Spielfigur über den Tisch, also auch der, also ein physischer Tisch. Also wirklich, man sitzt einfach an einem Tisch und, ähm, muss sich quasi Sachen vorstellen, was der, was dieser Händler eben macht. Er bewegt diese Figuren über den Tisch und deckt halt Karten auf, je nachdem, was für Entscheidungen ihr trefft, weil ihr kriegt auch immer Fragen gestellt. Und, ähm, genau, je nachdem können dann halt Ereignisse triggern oder irgendwelche Kämpfe oder auch Belohnungen. Und, äh, so kommt man halt jede Runde weiter über diese, über dieses Tabletop, über diese Tabletop-Map, ähm, läuft darüber hinweg. Und das Spiel kann dann halt auch, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Gegner trifft, geht's in so einen Kampfmodus über. Das ist dann halt ein Echtzeitkampfmodus, wo man die, ähm, Gegner dann halt tatsächlich in einem Third-Person-Action-Mode halt bekämpft. Und ich fand immer, die, die, die Kämpfe, die sind so ein bisschen, ja, ich hab sie immer mit, ähm, mit, mit der Batman Arkham-Reihe oder mit Assassin's Creed verglichen. Die sind so ein bisschen dieses, äh, Kontersystem und, äh, Schläge abpassen, gute Kombos machen. Also, das Kampfsystem, das war jetzt auch nicht schlecht. Das wurde im Zweiten noch mal deutlich besser, aber konnte sich im Ersten schon sehen lassen. Und, ja, es ist halt viel durch Zufall bestimmt. Das ist halt auch logischerweise ein Roguelite. Das heißt, jeder Spieldurchgang ist anders. Dieser Händler, der deckt jedes Mal neue Karten auf. Und je nachdem, was da halt kommt, ist der Spieldurchlauf halt ein anderer. Und, ja, ist halt teilweise sehr, sehr zufallsbestimmt, weil man kann halt wirklich, ähm, einfach Glück haben und gute Runs dadurch verursachen. Oder halt, ja, im Prinzip so schlechte, äh, schlechte, äh, Karten ziehen, dass man einfach gar keine Chance hat zu gewinnen. Da muss man halt mit so ein bisschen Zufallsfaktor leben. Ähm, aber ich fand diese Spielprämisse halt super. Das ist im Prinzip ein, ja, Roguelite-Deck-Spiel, würd ich sagen, aber mit nem Echtzeitkampfsystem. Und das ist ja schon so einzigartig, äh, dass es hier meiner Meinung nach eine Erwähnung finden sollte. Ähm, jetzt würd mich noch interessieren, kann man da Roguelite-mäßig, ähm, permanente Boni und so was freischalten? Äh, ja, kann man. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ist nämlich ein bisschen her, dass ich's gespielt hab. Aber ja, kann man. Ich mein, das klingt wirklich interessant. Vor allem diese Prämisse mit dem, äh, mit dem Brettspiel. Also mit diesem Tabletop, äh, auf dem man sich dann bewegt und allem drum und dran. Und, ähm ... Ja, genau, du schaltest auch neue Karten und so was frei, fällt mir grade ein. Also, der Durchlauf kann dann auch, äh, anders werden, als er beim ersten Durchlauf überhaupt sein konnte, weil's diese Karten da drin noch gar nicht gab im Deck. Okay, das ist cool. Ja, das ist vielleicht mal tatsächlich ... Wie gesagt, ich tänzle schon echt lange, lange um dieses Spiel herum und hab auch schon überlegt, ob ich's mal spielen soll oder ob ich's mir holen soll und dergleichen. Aber ich glaube, da komm ich jetzt bald schon nicht mehr dran rum, weil ich hab auch die Arkham-Spiele und, also, und auch die Assassin's Creed-Spiele mit diesem Kontersystem eigentlich immer relativ gerne gespielt. Und, ähm, ja, also, ich glaube, da hast du, hast du's bei mir grade gesellt. Also, das werd ich mir, denk ich mal, wenn's mal irgendwann im Sale ist vielleicht, oder wenn ich, vor allem, wenn ich mal Zeit habe, das ist ja noch der größte Punkt, mal Zeit für irgendwas zu haben, ähm, werd ich mir das, denk ich, mal anschauen. Ja, das ist schön. Ich glaube, das Studio hat leider nämlich schon dicht gemacht. Oh. Das weiß ich, das hat mir damals so einen kleinen Stich gegeben, weil ich dachte, Mann, warum haben das nicht mehr Leute gekauft? Ähm, ja. Aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Man kann's trotzdem sich noch zu Gemüte führen. Und es hat nichts von seinem Charme verloren. Okay. Also, Hands of Fate, Empfehlung für alle, die gerne Echtzeitkämpfe und dergleichen mögen. Und ein etwas ausgefalleneres, äh, eine ausgefallenere Prämisse. Genau. So, kommen wir zu einem Titel, der bestimmt jetzt nicht unter Geheimtipp oder sonst was läuft, denn, äh, heute erst gelesen, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf, Ich gehe jetzt auf N-Tower.de und, äh, genau. Ballatro, knack zwei Millionen Verkäufe, steht in der News von heute, die der Crispin geschrieben hat. Äh, ja, wir sprechen über Ballatro, dem Poker-Rocke-Knight. Ja, warte, 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 warte. Ich wollte grad sagen, erkläre, wir hatten schon mal dieses Problem, oder untereinander, also, dass man das Spiel ja schwierig erklärt ohne Visuals. Ja. So, und jetzt, äh, um es dir einfacher, ich behaupte, es fällt dir dann einfacher, erkläre dieses Spiel ohne das Wort Poker. Ja, das kann ich gerne machen. Man muss, ähm, Straßen wie beim Kniffel legen. Ach, verdammt. Aber als, aber als, äh, Karten, also mit Karten halt. Mist, da hab ich nicht drüber nachgedacht. Streng genommen hat's ja nix mit Poker zu tun, außer tatsächlich, dass man zur Erklärung, also, wer von Ballatro noch nie was gehört hat. In Ballatro startet man mit einem Kartendeck, Spielkarten, und es, man muss diverse, ja, Poker, ähm, Kombinationen legen. Also, zum Beispiel eine Straße, ein, ein Paar, ähm, ein Dreier, ein Dreier- oder eine Viererpaar. Also, so was, was man auch ein bisschen aus dem Kniffel kennt, wie gesagt, oder ein Royal Flush. Und je nachdem, wie man das macht, kriegt man Punkte. Und man muss ein gewisses, ähm, Punkte-Limit erreichen, damit man in die nächste Runde kann. Und was Ballatro, äh, so einzigartig macht, und meiner Meinung nach zu einem Paradebeispiel, zum Thema Game Design, das hab ich, ähm, glaub ich, auch schon mal irgendwo hier gesagt gehabt, aber egal, ähm, ist, dass man noch sogenannte Joker zieht. Die gibt's auch in Poker. Auf jeden Fall in einem Kartenset. Ich glaub, in Poker selbst spielt man nicht mit Joker, oder? Das sind Buben. Nee, nee, das sind die. Ach so, ach, die Joker, ach, sorry. Ja, ich hab jetzt grade an, an das J gedacht. Nee, 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 ich mein tatsächlich die Joker. Nee, die gibt's im normalen Setz nicht, nee. Genau, und wenn man diese Joker aber, ähm, entweder zieht oder, ähm, oder kauft, besser gesagt, es gibt nämlich noch einen Shop zwischen den einzelnen Runden, wenn man sich den kauft, dann haben die verschiedene Boni. Zum Beispiel gibt's einen Joker, der verdoppelt deine Punktzahl, wenn eine Herzkarte gespielt wird. Oder ein Joker, der wird immer dann besser, wenn du eine Karte verkaufst oder zerstörst, und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass man teilweise, man nennt das im Fachjargon, hab ich gelesen, Windmill oder Windmilling, dass man seine Joker so verschieden ansetzt, dass daraus eine Kettenreaktion entsteht. Zum Beispiel, ich habe einen Joker, der wird ausgelöst, wenn er ein Herz hat. Dann daneben hab ich noch einen Joker, der wird immer dann ausgelöst, wenn ich eine gerade Zahl habe, und dann vielleicht noch einer, der losgeht, wenn ... Oh Gott, was gibt's denn da noch? Bei einer gewissen Anzahl von gespielten Karten wird der Multiplikator, also wie oft die Punkte mal genommen werden, um fünf erhöht. Und jetzt spiel ich ... Ach so, ich wollte nur weitere Beispiele. Es gibt ja auch diese, dass nur Face-Karten zielen, also quasi nur König, Dame, Bube. Genau. Solche Karten. Und ja, erzähl du weiter. Genau. Und jetzt lege ich hier meine, zum Beispiel von meinen Karten, meine fünf Karten aus. Ich glaub, fünf konnte man hinlegen. Und da sind jetzt davon vier Herzkarten und eine davon zwei Zweier, eine Vier und eine Sechs. Und dann schlagen zum Beispiel schon mal die ersten beiden Joker zu. Das heißt, ich hab eine Herzkarte gespielt, dafür wird der Multiplikator meiner Punkte um zwei hochgesetzt. Und dann ist es noch eine gerade Zahl. Dann geht's noch mal um, was weiß ich, krieg ich noch mal 100 Extrapunkte. Und so muss man im Laufe des Spiels wirklich überlegen und die Karten taktisch hinlegen und sich sein Deck so aufbauen. Und das klingt trivial, ist aber so unglaublich befriedigend, wenn da diese Kaskade von Punkten plötzlich auf dein Konto eindrischt. Und das ist richtig gut gemacht, wenn man das Spiel weist mit einem Zug, den du machst, schon von vornherein, okay, jetzt erreichst du die Höchstpunktzahl mit diesem einen Zug schon und überschreitest sie vielleicht, dann fängt dein Highscore an zu brennen, wie bei diesen Glücksspielautomaten, diese Casino-Dinger, wo dann auch plötzlich anfängt, hier die Zahlen zu brennen und dergleichen. Also, ich hab, glaub ich, noch nie ein Spiel erlebt, das so fein aufeinander abgestimmt ist wie Ballatro. Und das ist ja nur von einer einzigen Person programmiert worden. Und das ist einfach nur ... Also, macht einen fast schon sprachlos, wie gut dieses Spiel geworden ist. Also, ich hab das damals getestet. Aber ich hab mir das zum Release auch gekauft. Und ich bin so dermaßen süchtig danach gewesen. Also, ich hab dann nicht mehr aufhören können zu spielen. Und hab das wirklich wochenlang abends immer gespielt. Und ja, also, ich fand's genial. Wie stehst du denn zu dem Spiel? Ja, ich war auch Teil des Trupps, der zur Release immer seine Stände im Discord durchgegeben hat. Ich glaub, Crispin war da auch Teil von. Ja. Genau, du. Und wir haben da immer unsere Spielstelle, wie was für einen krassen Highscore man jetzt erreicht hat. Weil eine wichtige Sache hast du vergessen. Und zwar, was durchaus relevant ist, du hast ja diesen Shop erwähnt, in dem man halt Dollar ausgibt. Und man bekommt Dollar. Ja, für abgeschlossene Runden. Aber nicht nur das, sondern man bekommt auch Dollar, wenn man, also für jeden nicht genutzten Zug. Das heißt, wenn du das mit einer Hand schaffst, dann bekommst du halt mehr Geld, als wenn du es mit zwei machst. Und das ist auch immer so ein bisschen der Reiz. Ich hab nämlich auch unter anderem viel damals bei Reddit gelesen. Warum kann ich denn nicht im Vorfeld sehen, wie viel mehr, also wie viel Punkte die Karten geben werden? Weil am Anfang ist es halt noch sehr übersichtlich. Dann sieht man, ah ja, hier der König, das, das. Das sind 200 Punkte. Aber irgendwann kannst du das halt nur noch vielleicht maximal grob im Kopf mitrechnen. Und kannst es halt nur schätzen. Aber genau das hat der Entwickler so vorgesehen, dass man im Prinzip dieses Gefühl haben soll. Einfach nur so dieses, ja, das könnte reichen. Und dann macht man es und dann reicht es halt vielleicht gerade so. Und du hast dann halt dieses Gefühl, es geschafft zu haben. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Was ich aber sagen muss, und das vielleicht auch ein bisschen Kritik, weil ich weiß, dass ich das damals, als es rauskam, auch sehr gehypt habe. Auch zu Recht, also da müssen wir nicht drüber reden. Es hat aber schon Abnutzungserscheinungen gezeigt, muss ich sagen. Ich hab da mit einem, komplett aus einem Studium drüber gesprochen. Wir reden oft über so Game Design-Entscheidungen und sowas. Das ist ganz interessant manchmal. Und wir haben da viel drüber geredet, weil sich ab einem gewissen Punkt abzeichnet, dass halt manche Kombinationen einfach super stark sind. Also manche halt gar nicht funktionieren. Und wenn du halt so eine gewisse Experience entwickelt hast in dem Spiel, dann weißt du im Prinzip schon ab der Runde drei oder sowas, ja, ich kann eigentlich neu starten. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen so ein schlechtes Balancing, was ich aber nachvollziehen kann. Wenn es eine Person macht, dann ist es auch nicht einfach zu balancen. Balancen ist schwieriger, als manche Person vermutet. Und du hast aber diese News erwähnt, die jetzt zu diesem Aufnahmezeitpunkt gerade bei N-Tower stattfand. Da hat der Entwickler ja auch unter anderem gesagt, dass er das Gameplay halt ein bisschen abändern und updaten möchte. Und da hab ich, muss ich sagen, bin ich mit großem Interesse drauf gestoßen, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass er sich dieser Fehler annimmt. Und vielleicht auch noch mehr Varietäten einbaut, welche Karten und Hände gut spielbar sind. Weil auch da zeichnet sich irgendwann relativ schnell ab, welche gut sind und welche halt nicht so gut funktionieren. Und ja, da wünsch ich mir einfach, dass er diese Erfahrung nimmt, die er da jetzt gewonnen hat und daraus einfach ein noch besseres Spiel macht. Weil der Baukasten, den er hat, das Grundprinzip, das ist halt so, so gut. Da kannst du jetzt drauf aufbauen und einfach noch ein geileres Spiel draus machen. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Es gibt noch kein Release-Datum für das Update. 2025 wurde es einfach nur gesagt. Mal schauen. Aber da kann man gespannt drauf sein. Also, Balatro, eine völlige Empfehlung, hat bei uns auch die Höchstwertung von 10 von 10 bekommen. Und ja, da bin ich jetzt mal wirklich, wirklich gespannt, was bei rumkommt. Also, wer auf solche Art von Spiele steht, wo man auch wirklich nachdenken muss und ein bisschen im Vorausdenken muss, zugreifen. Und das Schöne ist dieses Spiel. Also, ihr merkt schon, wir haben uns ein bisschen schwergetan, das zu erklären. Und vielleicht kam das auch ein bisschen verwirrend rüber. Aber ich finde, Balatro kann man sehr schlecht erklären. Aber wenn man es spielt, weiß man von Anfang an, wie es funktioniert. Das ist, finde ich, auch so faszinierend. Du startest es und dir ist sofort klar, so funktioniert es. Was mir noch warm wichtig war zu sagen, weswegen ich auch gemeint habe, ich bitte erkläre das Spiel ohne Poker. Weil man hat am Anfang halt oft zu hören bekommen, das ist halt das Poker-Roguelite. Und ich verstehe den Gedanken dahinter. Weil es ist ja im Prinzip ein Pokerblatt, was man bespielt. Aber mir ist es noch mal wichtig zu sagen, wenn man Poker scheiße findet, das ist kein Ausschlusskriterium für dieses Spiel. Das hat im Prinzip mit Poker in dem Sinne nichts zu tun. Sofern man irgendwie ein Faible für Zahlen hat, und sei es, man spielt gerne Sudoku vielleicht auch nur, einfach mal angucken so. Genau. Ihr spielt auch übrigens immer gegen den Computer. Beziehungsweise gegen euch selber. Ihr müsst also nicht gegen einen Gegner spielen, der Karten hinlegt oder dergleichen. Ihr müsst einen Punktescore knacken. Also auch da, wer sich jetzt denkt, boah, ich hab aber keinen Bock, hier irgendwie Poker gegen eine KI zu spielen oder gegen andere Spieler. Nein, müsst ihr nicht. Wie Kim schon gerade sagte, hat nichts mit Poker zu tun. Nur die Handkarten, also diese, ja, die Formationen, was auch immer, die ihr legen müsst, die sind den Poker entnommen und das war's. Gut, dann kommen wir zu einem Titel, den ich damals für Endtower getestet habe und von dem ich mir dachte, hm, mal gucken, sieht jetzt irgendwie ein bisschen 0815 aus. Und von dem war ich dann sehr überrascht. Das ist Rogue Legacy. Ja. Und wir sprechen jetzt bewusst über Teil 2, weil Teil 1 haben wir beide nicht gespielt. Richtig. Und willst du, versuch mal den Kniff von Rogue Legacy in möglichst wenig Sätzen zusammenzufassen. Kann ich in einem Wort sagen, Erbschaftssystem. Ja, ja. Um das vielleicht noch mal ein bisschen aufzugreifen. Also es ist halt ein, auch ein Sidescrolling, ja, Hack and Slay, so vielleicht wie man halt auch Dead Cells oder sowas spielt, halt läuft halt durch Dungeons von links nach rechts oder von rechts nach links, nach oben, von oben nach unten, knöppelt sich durch irgendwelche Gegner und spielt halt, ähm, ja, es ist einfach eine Figur, ich glaub, die haben keine Namen oder sowas, ne, nö, äh, einer von der Königsfamilie. Und, ähm, es gibt halt dann auch einen Permadev, wenn man halt stirbt, dann, ja, spielt man halt einen Nachkommen dieser Familie, der halt unter anderem dann Eigenschaften oder andere genetische Merkmale halt des Vorgängers erben kann oder auch neue entwickeln kann, die durchaus, äh, großen Einfluss auf das Spielprinzip nehmen können. Ja, mega sogar. Und das ist wirklich das, was jetzt von vielen anderen Roguelites in diesem Bereich unterscheidet. Denn bei anderen Roguelites wie Turtle of Mortar oder sonst irgendwas, könnt ihr eure Klasse auch frei auswählen. Hier könnt ihr das nur zu einem gewissen Teil, denn ihr müsst aus einem von drei, Erben sind's, glaub ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Oder konnte man das noch ... Ja, also ich kenn ... Ja. Meinst du jetzt die Klassen, oder? Nee, nee, nee. Also, du startest ... Am Anfang musst du ja aus einem von, ich glaub, drei Erben wählen. Ach so, ja. Und die können verschiedene Klassen haben. Aber darauf hat man keinen Einfluss. Das heißt, gerade während meines Testzeitraums, als ich das Spiel für Endtower getestet habe, hatte ich ... musste ich's ja wirklich rauf und runter spielen. Und da hatte ich Situationen, wo ich dann gescheitert bin. Und dann ist es wie in einem Roguelite ganz normal. Man startet wieder von vorne. Aber dann hatte ich mir irgendwie eine Klasse zurechtgesucht. Ich glaub, es war der Schurke. Und mit dem war ich megagut. Und hatte schon gesagt so, ja, gut, okay, den Boss hab ich jetzt grad nicht geschafft. Aber jetzt gleich nehm ich den Schurken wieder. Und dann mach ich den fertig. Und dann startet dieser Run neu. Und plötzlich seh ich, aha, zwei Magier und ein Barde. Magier hab ich blöd gefunden. Und den Baden kannte ich nicht. Und dementsprechend ist man manchmal gezwungen, aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich auch mit Spielmechaniken auseinandersetzen, die man im ersten Moment gar nicht so toll findet. Aber das Gute oder das Angenehme daran ist, man fängt an, sich so ein bisschen dafür warm zu werden. Man kann jetzt natürlich auch total Pech haben, dass man einen Erben erwischt, der zum Beispiel Pazifist ist. Das ist richtig toll. Der rennt da mit einem Friedensschild, mit so einem Peace-Zeichen durch die Gegend. Und man kann dann keine Gegner töten. Man muss quasi die geschickt aushebeln und Fallen locken und dergleichen. Aber man selbst darf niemanden angreifen. Und so hat das Spiel wirklich einige Kniffe und Überraschungen parat, die es wirklich frisch halten. Und die dafür sorgen, dass es halt eben nicht langweilig wird. Und dass wirklich jeder Run bis zu einem gewissen Grad ein bisschen anders wird und sich frisch anfühlt. Ja, und trotzdem kann man ja nach den Durchgängen ... Ich glaube, das Gold behält man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dieses Gold, das kann man halt auch nutzen, um seine Burg quasi auszubauen, die halt dann alles Mögliche gibt. Neue Klassen, neue Gegenstände, alles Mögliche. Und ja, aber wie schon gesagt, dieses Erbschaftssystem ist halt das, was es halt wirklich ausmacht. Gerade dieses Drumherumspielen um die Nachteile. Ich muss immer an diese, unter anderem zum Beispiel die Farbenblindheit denken. Oh ja. Wo man dann einfach einen grauen Bildschirm hat. Das ist einfach interessant, weil man spielt immer so, ne? Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ja, mir auch. Man muss vielleicht kurz sagen, wer sich jetzt denkt, oh cool, ich kann mein eigenes Schloss aufbauen und so weiter. Das ist nichts anderes als ein Talentbaum. Ja, stimmt. Indem man sich nach und nach freischaltet. Und jedes Mal, wenn man eine neue Ebene von dem Baum erreicht, wachsen die Türme von eurem Schloss ein bisschen. Also das ist jetzt nichts großartig spielerisch abwechslungsreiches. Aber es bietet wirklich eine unglaublich hohe Klassenfülle. Also von, wenn man startet am Anfang mit dem Bogenschützen, dem Krieger und dem, das war's, mit den beiden, glaube ich. Oder dem Magier vielleicht noch. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht mehr. Aber dann später kommen da der Mönch hinzu, der besagte Bade, ein ... Enchantress, weiß ich noch. Ja, genau. Also ich habe noch bis Stunden später neue Klassen und Sachen freigeschalten, wo ich immer dachte, aha, jetzt kommt das noch ein Nekromant, glaube ich, so was Ähnliches. Also teilweise Klassen, wo man sich denkt, wo man auch wissen möchte, okay, was macht die jetzt hier eigentlich? Was habe ich hier vor mir? Also ja, macht wirklich Spaß. Ist auch herausfordernd wieder bis zu einem gewissen Grad. Man muss halt ein bisschen, den Look muss man mögen. Das ist so ein 2D-Comic-Look. Wollte ich gerade sagen, ich finde den unfassbar schön, muss ich sagen. Echt? Ich fand den ... Tatsächlich ja. Ich fand den jetzt nicht ... Also hässlich auf keinen Fall. Aber der hat mich am Anfang ... Hätte ich's nicht getestet, hätte er mich, glaube ich, ein bisschen abgeschreckt. Aber ich bin dann auch sehr schnell damit warm geworden. Also ich muss sagen, dass der Look von dem zweiten Teil, den ich ja bisher als einzigen gespielt hab, hat dafür ... oder trägt ... Sorgt dafür, dass ich nicht so Interesse habe am ersten, muss ich sagen. Weil ich finde, der erste, der hat halt ... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so einen relativ standardisierten Pixel-Look. Und den fand ich so ... Also das weiß ich nicht. Wenn ich mir Teil 2 angucke, dann weiß ich, das ist Rogue Legacy. Und wenn ich mir Teil 1 angucke, dann weiß ich nicht, was es ist. Ja, okay. Ja. Aber es hat Geschmackssache, ne? Was man vielleicht auch noch sagen muss, die Geschichten in Roguelites, das haben wir ja vorhin schon gesagt, sind meistens eher ein bisschen banal. Und auch hier ist es eigentlich nichts Großartiges. Man muss halt das Schloss, das man dort besucht, und die Gebiete von einem bösen Terran befreien. Das ist erst mal die grobe Geschichte. Allerdings kriegt man, wenn man sich im Schloss umschaut, und es ist in Form von Tagebüchern geschrieben, deswegen ist das ein bisschen der Standard. Man muss viel Text lesen. Aber da entspinnt sich eine richtig spannende und gute Geschichte um eine Rebellion, die gescheitert ist. Und wie im Endeffekt, ja, wieso ihr da eigentlich jetzt als Nachkomme versucht, wieder an die Macht zu kommen, beziehungsweise Ordnung herzustellen. Also das hat mir gut gefallen. Ich habe dem Spiel auch damals eine 9 von 10 gegeben. Also kann ich auch sagen, voll zur Empfehlung. Da kann man viel Zeit reinstecken. Man kriegt viel zurück. Und es gibt auch ein New Game Plus, wenn man es geschafft hat. Ja, das kriegt auch gut. Jutti. Dann kommen wir zum nächsten Titel. Ja. Was wieder unterschiedlicher nicht sein könnte. Richtig, was gar nicht unterschiedlicher sein könnte. Nämlich Monster Train. Und das hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, die mir gestern eine E-Mail geschickt hat, dass mein Zug zur Gamescom sich bereits jetzt schon verspätet, beziehungsweise zu anderen Zeiten fährt. Schön. Sondern Monster Train ist ein klassisches ... Ja, wie würdest du das bezeichnen? Ein Slay the Spire-like, hätte ich gesagt. Ja, als erstes würde ich, wenn ich fies wäre, ist ein Slay the Spire-Klon genannt. Aber das wird dem meiner Meinung nach dann doch nicht gerecht. Nee, überhaupt nicht. Ich würde es ein Deck-Building-Tower-Defense-Roguelite nennen. Oh, schön. Warum Tower-Defense? Tower-Defense, weil ... Also Deck-Building ist klar, man hat wieder ein Deck, ähnlich wie bei Slay the Spire. Tower-Defense, weil man ... Ja, die Spielumgebung ist quasi ein Zug. Man platziert seine Einheiten in diesem Zug und die Gegner laufen durch diese einzelnen Waggons. Mhm. Und wollen sich im Prinzip durchschlagen bis ins letzte Stockwerk, um diese Flamme zu erreichen und euch permanent Schaden zuzufügen oder euch komplett kaputt zu machen und den Durchlauf halt dann zu zerstören. Und genau, die Gegner müssen halt dann durch die einzelnen Waggons durch. Man stellt halt je nachdem Einheiten hin oder Cast Zauber und so was. Darf ich kurz dazwischenfucken? Ja. Ich glaub, wir müssen zwei Schritte zurück machen. Okay. Also erst einmal, die Besonderheit von Monster Train ist das, was du grad gesagt hast. Es ist, wenn man Slay the Spire und dergleichen Spiele kennt, da hat man einen Helden oder einen Charakter und auf der anderen Seite gegenüberstehen Monster oder was auch immer, Feinde. Okay, stimmt. Du hast recht. Wir müssen ja erst mal die Basis-Sache erklären. Und die bekämpft man. Und Monster Train ist insofern anders, dass wir hier wirklich einen dreistöckigen Zug haben. Ja. Und dieser Zug, um mal kurz von der Prämisse zu sagen, geht darum, wir sind die Bösen. Denn wir sind ein dämonischer Overlord oder was auch immer, das wird nicht ganz so genau gesagt, und fahren mit unserem Monsterzug durch die Hölle, die zugefroren ist. Also, wenn jemand zu euch gesagt hat, dass und das passiert, wenn die Hölle zufriert, da spielt das. Und euer Ziel ist es, eine Flamme als letzter Höllenfeuer wieder in die Mitte der Hölle, zugefrorenen Hölle zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Flamme wieder aufbrennen kann, die Hölle wieder hergestellt wird. Und in diesem Zug, auf der obersten Etage von eurem Abteil, ist diese Flamme. Und es kommen Gegner, die versuchen, von unten nach oben zur Flamme zu gelangen. Und jetzt ist es so, und deswegen finde ich das mit dem Tower Defense eigentlich echt gut, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass man halt spezielle Monster, die man als Karten da hat, also ihr zieht Karten, am Anfang habt ihr nur ein Standard-Deck von ein paar ganz einfachen Einheiten, die ein bisschen Schaden austeilen können. Und nach und nach schaltet ihr dann auch neue Karten frei. Das funktioniert wieder nach den typischen Roguelite-Prinzip. Zum einen, dass ihr Kämpfe gewinnt und dann Karten spendiert bekommt, oder ihr schaltet sie permanent frei. So, und jetzt würde ich sagen, kann man so ein bisschen auf das Kampfsystem an sich eingehen. Möchtest du da noch mal einsteigen? Ja, gerne. Also noch dazu zu sagen, es gibt auch verschiedene, ja, ich würde sie Anführer nennen, die dafür sorgen, oder die ein anderes Deck im Prinzip geben, was halt teilweise komplett andere Spielmechaniken enthält. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und genau, man platziert im Prinzip dann Einheiten in diese einzelnen Stockwerke. Und die Einheiten des Gegners, die wandern halt dann jede Runde immer ein Stockwerk hoch. Und man weiß halt, man muss halt planen und man weiß halt im Prinzip, was passiert. Das fand ich halt so interessant an dem Spiel. Da man immer, also es ist halt gar nicht so viel Zufall im Spiel. Klar, ne, viele Zufallsachen, was man enthält, erhält für Stack und sowas, das verstehe ich alles, alles gut. Aber dieses Kampfsystem an sich war halt gar nicht so viel zufallsbedingt, sondern man konnte immer von vornherein schon sehen, ah, okay, wie bei Slay the Spire. Gut, meine Einheiten machen jetzt diese Runde 17 Schaden. Das reicht, um die Gegner in diesem Wacken alle zu töten. Also gehen die gar nicht weiter nach oben. Und so versucht man dann halt, die Gegner aufzuhalten. Und ich fand den Schwierigkeitsgrad auch ziemlich knackig, muss ich sagen. Also das zieht irgendwann ganz schön an. Und genau, man kann halt bei diesem Kartendeck auch kombinieren, indem man eine Hauptklasse und eine sogenannte Nebelklasse wählt und hat dadurch dann andere strategische Möglichkeiten, indem man mehrere Stile kombiniert. Und ja, ich fand's super. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das ist halt im Prinzip dann, deswegen wird's halt auch oft gesagt, typisch Slay the Spire, weil man halt einfach die einzelnen Runden und dann läuft man über diese Map und aber ich finde, es hat genug Eigenes gemacht, dass es den Titel nicht verdient hat. Nee, finde ich auch nicht. Man muss vielleicht noch sagen, zum einen, wie du schon gesagt hast, man wählt am Anfang einen Stamm, heißen die dort. Stamm war das, genau. Und das sind am Anfang zum Beispiel einmal Pflanzenwesen, die eher so ein bisschen auf Heilung und Regeneration aus sind, dann Feuerwesen und Feuerdämonen und so weiter. Und die, hat Kim gerade schon richtig gesagt, ermöglichen diverse verschiedene Spielelemente und dadurch spielt sich jeder Run auch ein bisschen anders. Das Problem, was ich ein bisschen hatte mit dem Spiel, ich fand's sehr gut. Allerdings war's auch hier, manche Kombinationen, wenn man die raus hatte, dann war das irgendwann alles kein Problem mehr. Dann ist man da quasi durchgelaufen. Vor allem, weil auch zum Beispiel die Bossgegner immer relativ fix waren. Also es gab immer zwei Bossgegner, die variiert sind und man wusste dann zum Beispiel, okay, die machen jetzt das und das. Und das ist am Anfang noch herausfordernd, aber je versierter man wird und je mehr man freischaltet, desto einfacher ist das Spiel geworden. Und irgendwann war dieses Gefälle von Herausforderung und Anspruch nicht mehr so richtig gegeben, fand ich. Also irgendwann war's dann so, dass ich wirklich ... Also ich möchte jetzt hier nicht hier irgendwie groß sagen, ich bin der Beste oder sonst irgendwas, aber irgendwann hab ich tatsächlich fast jeden einzelnen Run geschafft. Und wenn's nicht geklappt hat, dann lag's wirklich daran, dass der Zufall mir da böse in die Karten gespielt hat oder eben nicht in die Karten gespielt hat. Aber bis man überhaupt mal dahin kommt, das dauert schon wirklich lange und es macht trotzdem unglaublich Spaß. und vor allem mit diesem dreistöckigen System, es ist halt einfach mal komplett was anderes. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, deswegen fand ich's wahrscheinlich auch schwer, dass ich die Kombination, die ich gern gespielt hab, ich weiß nicht mehr, welche das war, aber dass die extrem schwach war, obwohl ich sie gerne genutzt hab. Und ich wurde im Prinzip immer gezwungen dazu, gewisse Stämme zu nehmen, auf die ich aber gar keine Lust hatte. Und das hat mir dann irgendwann, also hat, glaub ich, irgendwann dafür gesorgt, dass ich nicht mehr weitergespielt hab. Weil ich hab's dann auch nicht, ich weiß nicht, ob's ein Ende gibt, aber wenn ja, dann hab ich's nicht erreicht, auf jeden Fall. Also, ja, es gibt ein Ende. Und der letzte Boss ist auch noch mal, es gibt auch wieder dieses New Game Plus, also das wahre Ende, was man ja auch mittlerweile bei diversen Spielen hat. Und ja, das ist auch tatsächlich so, je nachdem, welchen Stamm man hat, kann das leicht oder schwer werden. Also, mein Lieblingsstamm war nachher einer, der bestand aus so einer Art Insektenwesen, die sich gegenseitig fressen konnten. Ah ja, die, ja. Und da musste man wirklich auch so ein bisschen geschickt aufbauen, weil man hat da zum Beispiel ganz hinten in der Reihe eins gebaut, dass die Monster, die vor einem sind, gefressen hat und dann deren Stärke bekommen hat. Allerdings erst nach zwei oder drei Runden. Und da musste man aufpassen, dass die Monster, die vorne stehen, nicht plötzlich vom Gegner gekillt werden. Und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich taktisch sehr tief und hat wirklich Spaß gemacht. Allerdings, wenn man dann erst einmal seine Superstrategie raus hatte, dann, ja, war's das Ganze eigentlich. Dann wusste man, okay, ich muss das so machen. Und dann konnte man eigentlich auch schon fast nicht mehr verlieren. Aber trotzdem ... Selbst bis dahin hat man ja durchaus einige Stunden Spielzeit, die Spaß macht. Ah, ja, 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 definitiv. Deswegen auch, ich muss mal kurz gucken. Ich hab das ja auch getestet für Entauer. Moment. Was hast du nicht getestet? Ich hab, also, die Roguelites wurden und werden mir ja immer zugeworfen. Weil sie keiner will. Und weil ich mich dafür auch immer melde. Also, muss ich auch sagen, ich bin ja selbst schuld. Monstertrain hat von mir eine 9 bekommen. Ziemlich viele Spiele haben von mir eine 9 bekommen. Das ist aber inflationär mit den hohen Zahlen. Ja, irgendwie schon. Aber es war ja auch wirklich gut. Vor allem zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, muss man sagen. Aber eine 9 würde ich dem heute nicht mehr geben, muss ich sagen. Nee, heute nicht. Aber 2021, als das rauskam, also, das war jetzt vor wirklich ... In neun Tagen hat es sein Dreijähriges. Und damals war ... Jaja, das ist ... Das kam doch 2020 raus, oder nicht? Für die Switch. Ach, für die Switch. Ah, ich weiß nicht, ob ... Genau, für die Switch auf jeden Fall am 19. August 2021. Weil das kam bei uns zum Embargo raus, der Test. Ah, okay. Ja, weil ich meine, ich hab's nämlich schon vorher gespielt. Ah, dann ist es ja noch älter. Und für die Zeit, ähm ... Muss ich sagen, war's schon wirklich was Neues. Ja. Okay. Musst du dich auch jetzt nicht rechtfertigen. Also, ich fühl dich dazu nicht gezwungen. Nee, nee, nee. Also, ich ... Ich würd dem heute wahrscheinlich auch keine neun mehr geben. Wahrscheinlich eher eine acht oder eine sieben. Ähm ... Ein Spiel, was aber definitiv bockschwer ist, ist Wild Frost. Das ist der nächste Titel. Ja. Hast du den mal gespielt? Nee, das ist jetzt der erste Titel tatsächlich, zu dem ich gar nichts sagen kann. Aber ich hab mir in weiser Voraussicht hier ein bisschen Gameplay nebenbei aufgemacht. Und ... Äh, ich guck mir das jetzt mal an und lass mir von dir erklären, was so toll an diesem Spiel ist. Dieses Spiel ist toll, wenn man, äh, wenn man wirklich eine bockschwere Herausforderung sucht. Wild Frost ist das erste Roguelite, das ich nur durchspielen konnte, weil ich eigentlich im Endeffekt sehr, sehr viel Glück hatte. Und danach hab ich's nie wieder durchspielen können. Also, ich hab's einmal geschafft und danach war's das. Ähm ... Dabei sieht es so niedlich aus. Es ist mega niedlich. Es hat so einen Anime-Stil. Und, okay, wie kann man Wild Frost, ähm, erklären? Es ist wieder ein Slate Spire-like, mit dem Unterschied, dass es auf zwei Ebenen spielt. Also, so ein bisschen wie Monster Train. Allerdings, äh, spielt es auf zwei Ebenen gleichzeitig. Man hat Helden und, ähm, einen Helden, den man zufällig zusammengestückelt kriegt. Man kann wieder unter drei Helden auswählen. Und dann hat man verschiedene Karten. Das ist also auch wieder ein Deck-Builder, Deck-Building-Spiel. In den Karten können zum Beispiel Begleiter sein oder Gegenstände zum Heilen oder für den Angriff oder oder. Und man muss auf beiden Linien kann man, ähm, oder auf beiden Spielreihen sind links da unsere Karten, rechts sind die Gegnerkarten. Und man sieht immer rechts, wie viele Runden man überstehen muss. Und das Ziel ist im Endeffekt, dass man entweder alle Gegner killt oder die Runden, nee, man muss alle Gegner killen und der Held muss überleben. Wenn die Begleiter draufgehen, das ist erstmal egal. Ich sehe auch gerade, dass ich das Spiel doch kenne. Ich habe nämlich da einen Test lektoriert. Ah, hast du? Deswegen dachte ich gerade so, irgendwas kommt mir bekannt vor. Ja. Jetzt weiß ich warum. Aber ich habe es trotzdem nicht selber gespielt. Und das Knifflige daran ist, dass man, ähm, das Spielgeschehen läuft quasi parallel ab. Und in Echtzeit. Beziehungsweise rundenweise, aber gleichzeitig. Also, oh Gott, wie glaubt man das? Ähm, jetzt hilft es vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, sich einmal kurz einen Screenshot von dem Spiel aufzumachen. Denn man hat diverse Gegnerkarten und eigene Karten. Und unten bei den Karten steht immer, wann die jeweils ausgelöst werden. Also zum Beispiel eine 5, eine 3, eine 2. Und das sind immer die Zahlen an Runden, bis das ausgelöst wird. Und das Schwierige an Wildfrost ist, dass man irgendwann so viele Karten da hat, gegnerische wie eigene, die man so genau teilen muss, damit der gewünschte Effekt auf der eigenen oder auf der gegnerischen Karte einem nicht das Spiel komplett kaputt macht. Also, als Beispiel. Ähm, man hat einen Helden, der fügt, ähm, dem, oder der gibt der Karte hinter ihm drei zusätzliche Leben. Das ist sehr viel in dem Spiel. Dann ist die Karte dahinter, ist jemand, der dem ersten Gegner in der Reihe Giftschaden zufügt. Und wenn er das tut, dann, äh, kriegt er auch nochmal extra Leben. Sprich, der kann mithilfe des Heldes, den ich ihm vorne hingestellt hab, unglaublich viel Leben kriegen und teilt auch noch gut Schaden aus. So. Jetzt ist es so, dass mein Held fünf Runden braucht, bis sein Effekt losgeht, aber der Gift, diese Gifteinheit, nur drei. Das heißt, ich muss also wirklich abwarten, bis ich diese Gifteinheit das erste Mal hinlege, dass mein Held vorher dran ist, damit der ihm das Leben gibt, damit der mehr Schaden macht. Gleichzeitig muss ich aber aufpassen, weil da ein Bossgegner ist, der zum Beispiel alle, äh, alle meine Karten trifft, und der ist auch in fünf Runden dran. Kommt so ein bisschen rüber, was ich meine? Ja, aber das Gemeine ist, ich guck mal halt gerade dabei Gameplay an und dann wird das, glaub ich, ein bisschen offensichtiger. Ja. Es sieht aber auf jeden Fall, also, ich weiß jetzt nicht, ich hab einfach random irgendein Gameplay angemacht, ich weiß nicht, in welchem Stadium des Spiels diese Person sich befindet, aber es sieht wirklich so unfassbar komplex aus und diese ganzen Rundenmechaniken unten, die man sieht, das zermatert mein Hirn schon beim Zugucken. Ja, das ist halt, das ist das Besondere an Wild Frost, das richtet sich wirklich an Fortgeschrittene und Genre-Liebhaber. Das ist fies bei dem Look, weil man bei dem Look denkt, oh, das ist aber, das kann ja mal die nicht so spielaffine Freundin, das guckt die sich mal an. Und dann wird sie da komplett durchs Getriebe einmal geritten. Das ist so unfassbar. Also, ähm, ich hab mich wirklich schwer mit dem Spiel getan. Und, ähm, ja, also, wer eine wirklich große Herausforderung sucht, der kann da sofort zugreifen. Es ist mittlerweile auch schon deutlich häufiger gepatcht worden. Dementsprechend dürfte es nicht mehr ganz so unfair sein wie am Anfang, weil, äh, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich's getestet habe, wir haben's ja vor einem Release bekommen, gab's einige Mechaniken, die einfach nicht richtig gebalanced waren. Das ist mittlerweile, äh, hat sich mittlerweile erledigt, beziehungsweise wurde verbessert. Das hab ich schon gelesen. Das heißt, es ist vielleicht nicht mehr ganz so brutal. Aber es ist wirklich, das ist meine Empfehlung an all diejenigen, die sagen, ich spiele gerne Roguelites, aber ich brauch eine Herausforderung. Ja. Diese bis zu zwölf Einheiten gleichzeitig auf dem Schirm zu haben, äh, wenn, wer dran ist. Und dann haben manche Einheiten ja auch noch mal drei Modifikate, dass er drei Angriffe macht und so der Scherze. Boah, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das klarer wird, wenn man's selber spielt, aber, also, mich, äh, macht schon das Zugucken fertig. Ja, das Problem an dem Spiel war auch, und das hatte ich auch damals in unserem Test geschrieben, das war so ein großes Manko, ähm, das war tatsächlich, das Spiel erklärt sich auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, ob's ein vernünftiges Tutorial gab, aber irgendwann sitzt man da und denkt sich, jetzt hab ich die Karte mit dem Symbol, was ist das und das? Also, man muss sich da wirklich reinfuchsen wollen. Deswegen, wenn ihr neu in dem Genre seid oder auch nicht so frustresistent, spielt das auf keinen Fall. Aber, ähm, es hat, mir hat's wirklich Spaß gemacht und ich hab mich da wirklich reingebissen, bis ich dann irgendwann, äh, gesagt hab, okay, ich, ich kann nicht mehr. Und da gibt's natürlich auch wieder, auch hier, ein New Game Plus, das insofern cool ist, dass, wenn man, äh, mit seiner ersten Truppe am Ende den Endgegner besiegt, dann wird plötzlich der Held, mit dem man gespielt hat, zum neuen Oberendgegner, den man besiegen muss. Oh. Mhm. Das ist also echt, das ist echt cool. Das, das bringt schon einiges an taktische Tiefe, Kniffe und sonst was hinein. Also, äh, da hat man sich mühsam seinen Helden hochgearbeitet und denkt sich, naja, gut, jetzt ist das Spiel fertig, jetzt spiel ich's nochmal. Nee, Edgy Batch, den musst du dann bekämpfen. Das ist eine coole Idee, tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du da noch, hast du noch Fragen dazu? Nö, ich, also, ich bin mir nicht sicher, so, also vom, wenn ich mir das jetzt so angucke, auch vom Look und so, dann hab ich da schon richtig Bock drauf. Äh, ich weiß aber noch nicht, ob ich dazu bereit bin. Das muss ich mir nochmal, ich pack's mir mal auf die Wishlist und guck mal, ob ich mir das vielleicht mal, ob ich da einen kleinen Schnappi machen kann oder so. Weil grundsätzlich, glaub ich, ist das schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die Frustresistenz gerade habe, aktuell. Ja, die, 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 die muss definitiv vorhanden sein. Oder Geduld. Denn auch hier schaltet man natürlich wieder neue, ähm, Level frei, neue Stämme und dergleichen. Also, das, das, da ist ein Roguelite durch und durch. Hm, da halt ich mal im Auge. Dann kommen wir zum letzten Titel auf unserer Liste. Und ich glaub, wenn ich auf die Uhr gucke, mit unserer Stundemarke gerade überschritten, passt das auch? Da muss ich auch wieder fragen, hast du Heroes of Hammerwatch gespielt? Auch da muss ich sagen, nein. Da hast du am Ende richtig, äh, gut ins Klo gegriffen. Zumindest was mich angeht, weil, äh, also zumindest von Wildfost hab ich im Vorfeld gehört. Und dann hat sich ja auch, äh, abgezeichnet, warum, durch das Lektorat. Aber von Heroes of Hammerwatch hab ich keine Ahnung. Ich hab's, glaub ich, mal, ähm, gelesen zumindest, dass das in manchen Top-Listen vorkommt, von wegen besten Roguelites auf der Switch und so was. Aber ich hatte dazu kein Bild vor Augen. Deswegen, ich hab mir jetzt wieder Gameplay angemacht. Und bitte erklären Sie mir, worum es hier geht. Okay, dann, äh, erkläre ich kurz, Heroes of Hammerwatch ist ein, ähm, Pixel-RPG, Action-RPG, Hack'n'Slay auch, ähm, aus der Ego-Perspektive. Was? Also, bin ich jetzt ... Äh, ISO, ISO, Entschuldigung. ISO. ISO-Perspektive. Nicht Ego-ISO-Perspektive. Ich dachte, ich hab das falsche Video an. Nein, nein, das ist nicht ISO-Perspektive. Man guckt von oben auf seine Helden. Und da ist es tatsächlich wie so ein bisschen die klassischen alten Dungeon-Crawler. Man bewegt sich durch mehrere Ebenen eines Turms und muss sich hocharbeiten. Und das Tolle an diesem Spiel ist auch hier, weswegen ich's rausgewählt habe, der Multiplayer. Mhm. Denn, ähm, es macht einen Heiden-Spaß mit diesen, mit diesen, äh, vielen typischen, klassischen Klassen, klassischen Klassen, mhm, ähm, sich durch diese Dungeons zu schnetzeln. Äh, das ist so ein bisschen Oldschool-mäßig. Aber sehr gut gebalanced, wirklich abwechslungsreich, was die Level angeht. Und aber auch, ähm, schön bockig schwer. Und ich glaub, wenn man's alleine spielt, kann man schon seinen Spaß dran haben. Aber das lebt tatsächlich, wie ich finde, hauptsächlich davon, dass man mit mehreren Spielern daran geht. Und das war für mich auch damals einer der Gründe. Das hab ich natürlich auch für die Switch getestet. Und, ähm, das ist so eine, eines von diesen Spielen, die ich empfehlen kann, wenn man mal wirklich gemütlich auf der Couch zusammensitzen möchte und quasi mal was anderes als Mario Party, Super Mario Bros. und so weiter, oder Mario Kart zu spielen. Viele Mario-Titel, die ich hier grade aufzähle. Okay, das wundert mich tatsächlich, wenn ich da kurz eingreifen darf. Ja. Weil, wenn ich mir das so angucke, das Gameplay, äh, als erstes hab ich an Enter the Gungeon gedacht. Aber das liegt daran, ich weiß nicht, ob das klassenbedingt ist, weil diese Person, die das grade spielt, so ein Zielkreuz hat und sich damit bewegt und auf Leute schießt. Aber vom Look hätte ich gedacht, das ist bestimmt knüppelschwer. Ja, also knüppelschwer ist es, weiß nicht. Ich bin sehr, sehr weit, also hab ich auch wieder mit meiner Frau gespielt und wir sind sehr, sehr weit gekommen. Bis wir dann irgendwann, hatten's dann ein bisschen die Lust verloren. Aber das war eher deswegen, weil's dann wieder andere Titel gab, die wir gern spielen wollten. Ich glaub, dann kam Luigi Mansion 3, das wir mal zusammengespielt haben. Och, ey, ey, es ist wunderbar, dass immer, wenn wir podcasten, dass dieser Titel wieder rumkommt. Du hast ihn bestimmt immer noch nicht gespielt, oder? Ja, nicht fertig. Nee, genau. Wir reden, glaub ich, in jedem Podcast darum, ach ja, ich muss das mal wieder mit meiner Frau weiterspielen. Ja, jetzt haben wir ein Kind, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Beziehungsweise doch hätten wir, aber wenn wir Zeit haben, spielen wir grade, äh, die langweilige Tower-Defense-Spiele. Das ist entspannter, wenn man abends mal zusammenguckt. Das ist trotzdem super, dass Luigi's Mansion sich immer reinschleicht. Immer irgendwie, richtig, ja. Nee, und, ähm, da muss man auch, glaub ich, gar nicht viel zu sagen, außer, ähm, klassisches, ähm, Hack'n'Slay-Metzeln, wo man, ähm, jede Figur, jede Charakterklasse, die man dann hat, hat bis zu drei verschiedene Fertigkeiten. Also, der Schurke zum Beispiel, der kann sich auf Knopfdruck kurzzeitig unsichtbar machen, dass er nicht angegriffen werden kann. Er macht mehr Schaden, wenn man von hinten angreift. Dann gibt's den Magier, der verschiedene, ähm, Elementarklassen benutzen kann, um seine Gegner anzugreifen. Der Paladin, der heilen, der sich und seine Mitspiele heilen kann. Also, es ist wirklich, es trieft einfach nur klassisches, äh, 0815 Dungeon-Crawler mit. Aber es ist halt, ah, ich, ich find, die Optik hat so viel Charme. Und, äh, so richtig, ja, retro- und oldschool-mäßig. Dann macht's im Multiplayer halt unglaublich viel Spaß. Vor allem, wenn man auch mit, wenn man die richtigen Einstellungen wählt, sich auch gegenseitig erledigen kann. Das macht auch, äh, das ist auch witzig. Und, ja, das ist so das, was, also, mehr kann ich dazu, oder muss man dazu auch nicht sagen. Einfach vielleicht auch mal Gameplay anschauen, ob's euch taugt. Aber ansonsten, wenn ihr so richtig schönes, oldschool, äh, Rogue, und das geht noch am ehesten in Richtung Rogue-Live. Das wollt ich grad sagen, ja, das, äh, was hat es denn nicht von diesen Konventionen? Ähm, also, es hat wieder mal kein, also, es hat schon ein Permadeath, weil den Charakter, den man spielt, ähm, spielt man halt danach nicht wieder. Aber man kann auch wieder, äh, in seinem Lager, in dem man ist, neue Sachen freischalten und, äh, die Klassen verbessern und so weiter. Aber, äh, es ist, was es zum Beispiel hat, es ist auch nicht rundenbasiert. Stimmt. Es ist, es ist auch nicht auf diesem, ähm, Grid. Naja, das war ja auch noch, aber, genau, es ist nicht ASCII. Aber es ist komplex. Es hat ein Ressourcenmanagement und zwar ziemlich viel. Es ist ein Hack-and-Slash. Man muss, äh, man kann die Dungeons ziemlich gut, ähm, erforschen. Es ist nonmodal. Das heißt, es gibt wirklich nur, was man sieht. Man kämpft genauso, wie man sich bewegt und dergleichen. Das heißt, es gibt nicht extra noch ein Feld für Bewegung, Kämpfe oder sonst irgendwas. Und es ist, ähm, es ist immer, äh, zufällig, äh, aufgebaut. Also, von den ganzen Sachen ist das von den Spielen, die wir jetzt besprochen haben, noch am ehesten ein Roguelike. Da passen die meisten Sachen zu. Deswegen könnte man vielleicht auch sagen, das dürfte im Werbetext, dürfte das ausnahmsweise tatsächlich mal Roguelike hinschreiben. Ist auch, glaub ich, na, müsste ich jetzt einmal gucken, aber ... Da steht hundertprozentig Roguelike, da steht überall Roguelike. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich würde sagen, das ist, äh, würde ich jetzt fast vermuten, auch der älteste Titel insgesamt. Also, von der, ähm, vom ersten Zeitpunkt, wann es rauskam. Jetzt nicht vielleicht für die Switch, aber ich glaub, das ist ja schon zehn Jahre alt oder so, ne? Ja, da muss man aufpassen. Es gibt ja Hammerwatch und Heroes of Hammerwatch. Ach, du Scheiße. Okay. Jetzt guck ich mal kurz, wann ist es denn für die Switch rausgekommen? Heroes of Hammerwatch. Die Ultimate Edition. Kam am 30.07.2020 für die Switch raus. Wann kam's denn für den PC raus? Jetzt hier mal wieder Live-Recherche. Das kam das erste Mal raus für ... Ja, 29. Juli 2020. Kam für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One raus. Okay, weil ich hab hier nämlich Hammerwatch stehen, was 2013 ... Ja, das ist, äh, was anderes. Wow, okay. Und dann gibt's noch, äh, Heroes of Hammerwatch für den PC kam 2018 raus. Ja, okay. Ja, okay. Und dann gibt's noch Hammerwatch 2. Das hab ich auch getestet. Das ist aber nicht gut, find ich. Da ist es aber von der Namensgebung auch schwierig, muss ich sagen. Ja, also das ist ein bisschen, ähm ... Aber witzig, Heroes of Hammerwatch wird nicht als Roguelite, sondern als Roguelite-Action-Adventure beschrieben. Die machen's, die machen's dann jetzt anscheinend wirklich genau. Ja, weil wir jetzt wahrscheinlich, äh, Experten des Genres sind und die es genau wissen. Da hat das Marketing mal, äh, vernünftig gearbeitet. Sehr schön. Gibt, gibt einen Daumen nach oben. Nee, also, äh, vollste Empfehlung. Guckt euch vielleicht mal einen Gameplay-Trailer an, dann seht ihr, worauf das hinausläuft. Und, äh, super Spiel, macht mega Spaß. Ja. Ja, dann sind wir ja für diesen Podcast wohl am Ende. Ja, ich, äh, ganz am Ende vielleicht noch kurz als Herzenserwählung, äh, wer's noch nicht hat, weil's noch im Early Access ist und noch warten möchte. Hades 2 ist ganz toll. Dann würd ich jetzt mal sagen, ich hoffe, wir haben euch ein paar Titel genannt, die ihr noch nicht kanntet oder zumindestens, äh, die euer Interesse geweckt haben. Schaut mal rein, ihr findet zu den meisten, ich guck grad, ihr findet zu allen auf, ähm, entower.de einen Test. Zu den meisten hab ich auch, das sind zwei Tests, also, ich glaub, nee, gar nicht, die Hälfte. Hands of Fate, Ballatro und Children of Mortar hab ich nicht getestet. Die anderen vier hab ich getestet. Aber egal, also, wenn ihr euch da nochmal schlau machen wollt, entower.de, in der Spieldatenbank könnt ihr nach den Titeln suchen, da sind auch die Tests drin, da könnt ihr euch schlau machen und da kriegt ihr auch noch eine bisschen detailliertere Auflistung, warum das Spiel gut ist oder nicht. In dem Fall sind's natürlich alle gut. Und, ja, dann danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wir würden uns natürlich wie immer über eine gute Empfehlung bei iTunes, Spotify und dergleichen freuen. Ansonsten erzählt euren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, Erzfeinden und wem auch immer von uns. Und falls ihr Bock habt, über die Folge zu diskutieren, könnt ihr das in dem Newsbeitrag auf entower.de zu der Folge hier machen oder in unserem Forum. Da könnt ihr übrigens auch Vorschläge bringen, was über Themen, die wir machen sollen. Das wird einfach nicht genutzt. Das find ich immer so schade. Aber falls ihr euch denkt, boah, das Spiel möchte ich gerne mal besprochen haben oder das Thema, wozu, wir freuen uns immer. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Und jetzt kommt's zum Spoiler-Teil, auf den ich gerade selbst schon gespannt bin. Was möchtest du denn besprechen? Ja, krasser Spoiler-Teil. Ja, es ist nicht abgesprochen, aber vielleicht machen wir einen zweiten Rogue-Ride-Teil-Podcast. Also ich hab auf jeden Fall noch einige auf dem Schirm, von denen du auch, glaub ich, beispielsweise, es sind einige Spiele drauf, die du nicht gespielt hast. Und du als designierter Rogue-Ride-Experte wirst mit Sicherheit noch einige, einige Titel haben, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hab. Also ich glaub, da lässt sich easy noch ein zweiter Podcast mitfüllen. Ja, dann würde ich einfach mal ganz frech sagen, wir machen den einfach. Ist halt die Frage, wann. Ich würd jetzt nicht sagen, dass es der nächste ist, der kommt. Aber jetzt ist ja auch erst mal Gamescom-Zeit. Ja, da ist Gamescom-Zeit. Ich find's auch ganz spannend. Aber ich glaube, dass wir den irgendwann noch mal machen werden. Weil ich hab da auf jeden Fall noch so ein, zwei Herzensprojekte, über die ich sehr, sehr gerne sprechen würde. Und die auch noch was ganz anderes sind, als das, was wir jetzt teilweise vorgestellt haben. Weil wir haben jetzt wirklich viele Deckbilder gehabt, fand ich. Und so klassische Hack-and-Slay's und sowas. Aber es gibt da draußen noch viel, viel mehr, worüber man noch sprechen kann. Und da hätte ich zumindest Lust drauf. Vielleicht ja sogar in der Dreierrunde mit einem anderen Kollegen noch, der auch noch Input geben kann. Steht alles in den Sternen. Ich will da jetzt nicht irgendwie schon was festmachen, was nicht fest ist. Aber ich könnt ja gerne auch sagen, wenn ihr Bock da draußen habt drauf, dass wir noch über mehr sprechen, gebt gerne das Feedback. Und dann machen wir das. Genau. Ja, nee, würd ich sagen, ist aber auch ein Date. Gut, das machen wir. Okay. Wird irgendwann noch mal eine Folge kommen. Gut, dann jetzt aber endgültig. Das war ja gar kein Spoiler-Teil. Mensch, Mensch, Mensch. Ich dachte, jetzt kommst du hier zu irgendeinem Spiel mit dem Mega-Spoiler. Und ich schon so denke, oh, will ich das wirklich hören? Und jetzt kommst du zu einer zukünftigen Folge. Ah ja, mein Gott, mein Gott. Na gut, okay. Dann an alle, die bis hierher gehört haben, euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Was auch immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Kim, es war mir wie immer ein Fest. Dito, wie immer, super. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.